...Motto in dieser Session so gefeiert werden konnte. Vielen, vielen Dank aus allen. Auf die meiner Phase nach. Dreivallkläfte Schmeier! Meier! Meier! Jetzt singen wir noch die zwei. Das Kind, das bringt mit's aus und aus. Das Kind, das bringt mit's aus und aus. Das Kind, das bringt mit's aus und aus. Meier in der Pullerstrauß. Der Wanderflug im Sesselsaus. Der Reh vorbei ist allen in Sorsch. Im Jungen bringt mir der Klammer Storch. Der Mädchen in nem Haus schon ist. Heut grünt der Jungen, dann ist ihr wiss. Der Stammhalter ist endlich stoff. Schon früh die Nebapodition. Und singen wir noch die Mädchen. Und ächle meiner Mädchen. Das Kind, das bringt mit's aus und aus. Und ächle meiner Jungen raus. Das Kind, das bringt mit's aus und aus. Und ächle meiner Jungen raus. Und jeder Mast hat die Meier in der Stadt. Die allerschönste Mädchen hat. Das Kind, das bringt mit's aus. Und jeder Mast hat die Meier in der Stadt. Stuhl. Und dann hat die Umgebung für sich auch. Und zuscht ja süß wie ihre Frau. Und ist mit dem Schüsschen an ihr dran. Dann rück' der Öl und rück' den Tant. Und sing' mir das Mädchen, auch echt' meiner Mädchen. Das Kind, das bringt mit Haus und Haus, denn echt' meiner Junge im Haus. Das Kind, das bringt mit Haus und Haus, denn echt' meiner Junge im Haus. Und kommt' meiner Phase nach, doch hat es sich, denn ganz Schatz hier war. Und unter Rolf-Marie der Fuß, der Junge zum Ball liegt vor Schulzgruß. Dann ist mir ne echte Meilradio, bei Rolf-Miesel mit Freu' und Schwung. Und hab' ich angeflutscht, die Zeit, da riecht jetzt auch die Polizei. Und sing' mir das Mädchen, auch echt' meiner Mädchen. Das Kind, das bringt mit Haus und Haus, denn echt' meiner Junge im Haus. Das Kind, das bringt mit Haus und Haus, denn echt' meiner Junge im Haus. Das Kind, das bringt mit Haus und Haus, denn echt' meiner Junge im Haus. Ja, unsere Prinzessin, vielen Dank dafür. Ja, toll, super Hilfe, aber so langsam, aber sicher, glaub' ich. Ich würd' vorschlagen, wir gehen jetzt alle runter, melden uns noch ein bisschen unter, Volk. Und ich sage hier an dieser Stelle noch mal ganz, ganz herzlichen Dank, auch besonders noch an eine Truppe, nämlich, das sind die Männer rund um den Heinz Hermes vom Bauhof, die dann gleich hier wieder aus unserer Stadt. Pico Bello, alles sauber machen Männer, auch für euch, dass ihr heute am Sonntag noch mal angetreten seid. Herzlichen Dank, tollität, du hast dann wirklich das letzte Wort hier oben. Ich möchte euch allen ganz, ganz herzlich danken. Ich wünsch' euch noch einen wunderschönen Rosen-Sonntag heute. Feiert noch schön, lasst die Karneval noch einen Tag weiterleben. Und ich freu' mich auch, euch im nächsten Jahr alle auf dem Marktplatz wiederzusehen. Ich werd' zwar dann nicht mehr hier stehen, aber ich werde dabei sein. Ich bin immer bei der meiner Phasenhaft. Lass' mich doch mal ausrufen, ihr treuwerkräft dich. Meier! 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 Danke, danke, danke!